Sie singen einfach weiter. Das heißt, der Chor tagt immer noch? Die Menschen singen, um den Chor zu beruhigen und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Ich muss auch nicht zurücksingen, oder? Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Okay, gehen wir zu Ihnen. Bereit? 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 Und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Phah, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geisterzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Ja. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen, bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Sagt die Fremde, die unseren Glauben nicht kennen. Bitte. Vergesst nicht, wie sie Refreden brachte. Hör ihr zu. Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Rheinklang kommt? Nein. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Sie hat recht. Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten. Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Dann mal los. Um zu verstehen, was darin vor sich geht, brauchst du das hier. Auf die Schläfe. Genau so. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, so. Ich helf dir. Hör zu, die... Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Das heißt, dass hinter dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Das uns tot sehen will. Folgt mir und... ...seid auf alles gefasst. Dann los. Oh nein. Was hat Hephaestos ihr angetan? Eine Waffe aus ihr gemacht, die... ...früher oder später genutzt werden wird. Und dann... ...ein Klang. Wenn mein Volk sieht, was daraus geworden ist. Wenn eine seiner Gottheiten es angreift. Ihr wisst, was zu tun ist. War... ...bereit? Sie trauert um eine Maschine, die uns fast umgebracht hätte? Sie ist immer noch ihr Gott. Ich trauere nicht um einen Gott oder eine Maschine, sondern weil ich meinen Glauben verloren habe. Weißt du so, wenn du willst, kannst du heimgehen. Habe ich noch ein Heim? Und wenn ja, wie lange noch? Kannst du unsere Lande wirklich heilen? Mein Volk retten? Schritt für Schritt. Und wir fangen hier an. Dieses Mal nicht der Beste! Sein Tod ist unausweichlich. Nein! 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 Nicht schlecht. Na dann, mal hoch! Noch mehr? Wie Aloy sagte, das ist erst der Anfang. Nein! Nein! Minerva, gib mir die Konsole. Bitte. Zutritt verweigert. Das war früher mal anders. Erinnerst du dich nicht? An irgendwas? Du warst mal Teil von etwas Größerem. Etwas Gutes. Gaia. Genau. Sie kann wieder leben. Aber du musst ihr die Chance geben. Ohne dich geht kein Neustart. Bin ich dann? Weg? Du wirst wohl in ihr verschwinden. Ein Teil von ihr werden. Wie du es warst. Das Elend endet dann. Ja. Danke. Danke, Minerva. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Massenüberbrückung aktiviert. Massenüberbrückung aktiviert. Stelle Original-Code für Minerva wieder her. Bayeristische Matrix initiieren. Okay. Gaia. Hallo, Dr. Sobek. Ah, ich... Moment, scanne Daten. Also ist es Aloy, nicht Elisabeth. Es gibt viel zu besprechen, aber die Initialisierung meiner heuristischen Matrix wird noch einige Minuten dauern. In der Zwischenzeit schlage ich vor, du machst dich mit der Einrichtung vertraut. Das ist unsere beste Wahl als Operationsbasis. Und du kannst die Geräte jetzt schon verwenden, um deine Maschinenüberbrückung zu verbessern. Ähm, okay. Ja, das klingt gut. Benötigen deine Gefährten Zugriff? Sie werden bald hier sein. Ähm... Gut, aber... Bitte überfordere sie nicht, okay? Sie sind nicht sehr erfahren mit Dingen wie... Nun ja... dir. Dieses Mal keine Fälschung? Nein. Dieses Mal ist sie echt. War... So... Das ist Gaia. Hallo. Hi. Hi. Gaia, äh... Wacht gerade noch auf. Sehen wir uns mal um. Ich markiere die Position des Labors auf dem Fokus. Du Obrust. Du o forn. Du o vorst. Du o forn. Du o fork.